Nach der ganzen Corona-Zeit tut ein Urlaub mit Strand, Meer und Sonnenschein doch so richtig gut. Das und noch viel mehr ist auf der griechischen Ferieninsel Santorin zu finden, auf der Moderatorin Charlotte Würdig momentan urlaubt. Bereits vor wenigen Tagen macht sie uns mit diesen Schnappschüssen neidisch und präsentiert ihre durchtrainierte Knallerfigur. Die Tatsache, dass sich ihr Ex-Mann Sido zur gleichen Zeit auf der Insel befindet, gerät bei diesem heißen Anblick schnell in den Hintergrund. Und auch bei ihrer neuesten Instagram-Aufnahme kommen wir aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Mit ihrem Megabody posiert sie erneut am Pool und ihre Kehrseite begeistert nicht nur die Fans, sondern auch ihre Promi-Kolleginnen. Alter, was bist du denn für ein heißer Feger? Holy Moly Mama und Du Granates sind da zu lesen. Selbst Simone Tomala fühlt sich bei diesem Anblick scherzhaft unter Druck gesetzt. Wie eine Göttin regelt sich Charlotte vor dieser Traumkulisse. Da wissen wir wahrhaftig nicht, wo wir zuerst hinschauen sollen.